So, da sind wir dann auch schon wieder und gucken mal, dass wir Zäune gebaut kriegen. Mal schauen, ob das reicht. Na. Hallo, wo ist das Stack-Stöckchen, das ich gerade weggeworfen hab? Da. Ach übrigens, ich hab auf Multiplayer einen tollen Bug gefunden. Vielleicht können wir den hier ja, ich glaub eher nicht, dass wir den hier ausnutzen können. Und zwar, wenn man Halbsteine auf Eis legt, dann hat man optisch das Halbstein-Zeug, aber technisch gesehen hat man da immer noch das Eisschlittern. Und ich find, das macht richtig was her. So, hier war der etwas kleinere. So. Ne. Doch. So, und so, und so, und so. Sieht doch gut aus, dass wir damit auskommen, würde ich mal sagen. Ist jetzt auch wieder ein Stück größer geworden alles, als ich eigentlich geplant hatte, aber mein Gott. Der Tag, wo meine Pläne aufgehen, der muss erst noch erfunden werden. Hab ich ja wieder auf Dunkel stehen? Da hab ich auch noch nicht geguckt. Aber ich glaub... Nein. Ist doch schon der zweite Stack? Oh. 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 Na, ich glaub, ein bisschen was müssen wir nachmachen. Aber ich glaub, da kommen wir jetzt mit einem Stack aus. Locker. Ja, genau. Bleib in der Mitte stehen hier. Naja. Na, die nächste Zeit... Ja, super, danke. Dann hört man mich wenigstens besser reden. Ne, da die nächste Zeit recht stressig sein wird, werde ich jetzt wohl mal schauen, dass ich, äh... So einen kleinen Vorrat angelegt hab. Also nicht jetzt so ein Wuaah-Vorrat, sondern wirklich nur einen kleinen Vorrat. Damit das Let's Play wirklich immer weiter... Ach so. Da war Wüste. Ah, Habsterlaub ist Wüste. Okay. So. So. Und so. Ach, da fehlt auch noch ein Stück. Aber dann haben wir's. Schön. Die Stellung. Ah, jetzt brauchen wir Fackeln. Und ich glaub, ich könnte eigentlich mal wieder... ...so machen. Sobald der Regen aufgehört hat, stell ich den Sound auch wieder hoch. Da hab ich eigentlich meine Halbsteine noch dabei. Die könnte ich theoretisch auch mitnehmen. Hier müssen wir auch noch was machen. Das machen wir auch gleich sofort. Ach ja. Und hier hab ich natürlich nicht dran gedacht, das Eis zu entfernen. Das ist so. Selbe in der Reihe. Ah, das ist ja im Gegensatz zu dem, was wir vorhin alles weggemacht haben. Kindergarten. So, wie viel machen wir uns jetzt an Fackeln? Fackeln brauchen wir ja immer eigentlich in großen Mengen. Da würd ich sagen, machen wir uns sofort vier Stacks. Da haben wir dann erstmal wieder... ...so, da auch nochmal. Ein Wunder, dass die Melonenpflanzen trotzdem halten. Ah, mein Mann, da jetzt komm ich hier. Es fließt einfach nicht mehr Halb eingefroren Kann man dazu vielleicht sagen Aber das hatten wir glaube ich Auf unserem Auf unserer Skyblock In unserem Skyblock In unserer Skyblock Welt Hatten wir das glaube ich auch kurz Dass mal zwischendurch Einfach alles irgendwie gefroren war Ich würde sagen wir nehmen jetzt einfach mal Mosiesteins und machen den nächsten Durchgang mal mit Mosies Die brauchen wir Und geben mir meine Halbsteine wieder Danach gucken wir mal mit den Schneemännern Ob das jetzt klappt Und da muss ich mir was einfallen Das gefällt mir Aber vielleicht wird das auch noch geändert Ich warte erstmal bevor ich jetzt das Texture Pack demnach umstelle Hört ihr's? Hört ihr's? Das ist doch genial oder? Naja oder erstmal ein halbes Stack Sonst haben wir Nix für Die Zauntorfe Die wir brauchen So Wir machen das jetzt so Hier Hauptstraßen und so Die werden alle gemacht Hier zum Beispiel Diese kleinere Straße hier Die bleibt so So Ich glaube wenn wir jetzt hier in der Ecke arbeiten Haben wir auch keinen Regen So hier kommt auf jeden Fall noch zusätzlich Holz hin Wir haben das Inventar ziemlich packevoll Kann man da nicht irgendwas machen? Haben wir hier eine Kiste irgendwo? Nein Ei 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 Mir bleibt heute nix erspart An Laufwegen Jetzt müssen wir uns beeilen Sonst verschwinden da noch die zwei Kiesblöcke Oh mein Gott Der Kies verschwindet Hier zum Beispiel ist wieder jetzt eine Hauptstraße Die würde gemacht werden Dann gehen wir mal in den Wald schnell Das Zeug ablangen Hier das bleibt so Ach guckt mal Hier ist auch noch nen Ach der kann ich ja nicht mitnehmen Du weg da Du rein da So Jetzt haben wir erstmal wieder Etwas Platz zum Basteln Auch mal wieder was futtern Was ich neuerdings in meinen Kommentaren lese Das ist ja immer sehr viel Kronk baut besser als du Du baust besser als Kronk Und dieser ganze Wir vergleichen einfach mal die Let's Player miteinander Ich glaube das kann man gar nicht machen Da wir einfach auch vollkommen verschiedene Typen sind Menschlich gesehen Daher Naja ihr könnt ruhig vergleichen Da hab ich nix dagegen Nur ich bin einfach so der Meinung Man kann es gar nicht effektiv vergleichen So das hier Damit wir hier von der Kante etwas wegkommen Machen wir das erstmal so Ne Oder machen wir das auch weg Ja komm machen wir weg Oh ja Moses kommt mal Oh ja Den jetzt weg machen Oh So das jetzt auf allen Seiten Ich hab mir ne Schaufel ne Treppe abgebaut Und das so schnell Manchmal wunder ich mich über mich selbst Oder über die fehlerhafte Abbaugeschichte Ich hoffe wir kommen mit denen hier aus Warum haben wir das eigentlich nicht Früher vernünftig gemacht Das ist doch auch ne gute Frage Hm So der kommt auch raus Dann machen wir hier passend Holzböden rein So Ihr müsst jetzt Auch von uns gehen Mal schön euch gekannt zu haben Ja ne das war klar So Die Lücken machen wir zu Dann kommt da nicht Ach da hab ich noch einen vergessen Hier in der Mitte Ah Mist So Hätte man den nicht auch noch Weglassen können Hat man hier so ein bisschen Bereiteren Eingang Boah wo ist hier eigentlich Noch überall Wasser Nervt mich total gerade Das macht mich jetzt Voll aggressiv Muss ich sagen Dass hier überall Diese scheiß Flüsse sind Das Hätte ich mir vorher überlegen sollen Wer jetzt meint Das ist voll die Mosi Verschwendung Hier für so einen doofen Gang Wofür sollen wir sie sonst Verwarnen Im Endeffekt Ist das schon eine der Sinnvollsten Verwendungen Die wir dafür machen können Ich glaube ein paar Hatten wir auch noch im Lager Das heißt Ausgehen werden sie uns wohl nicht So hier oben Das Cobblestone Haus Das bleibt So die neue Befacklung Kommt jetzt hier dran Und Hier dran So man merkt schon Je weiter das Let's Play Voranschreitet Desto mehr Details Werden auch verbaut So das sieht doch Das kann man doch Jetzt anbieten Ist das hier auch Auf gleicher Höhe Ja Dann Nein das ist auch doof Hm Ja Ich rück dir jetzt Mit der Achseleibe Und ich schlag dir diesen Arm ab Und diesen Und das Und deinen Bauch Und diesen Kürbiskopf Und da So ich bin voll Voll gerade am schlechtern hier Ne der stand einfach nur jetzt im Weg Sein neuer Platz ist jetzt hier So Kumpel Da bist du wieder Ich baue dich vollständig wieder auf Können wir nämlich hier Einen kleinen Sound drumherum machen Dann fällt da auch keiner runter Und das ist ein schöner Platz Um Fackeln aufzustellen Da steht auch noch einer Auf dem Boden rum Da können wir auch noch Einen dran pappen So das sieht doch schon gleich Besser aus als vorher Hier auch nochmal Ja ich weiß Erst mach ich die Türen zu Und dann reiß ich sie ab Warum stacken Türen eigentlich nicht Das ist ein Phänomen finde ich Oh mein Gott Ha Und es regnet immer noch Naja egal Jetzt machen wir einfach mal Mit Regen weiter hier Muss ich halt ein Stückchen Lauter reden So Was wollen wir jetzt machen Ach ja genau Fackeln So 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 Und So Und So Und das wird alles schön hell hier Da setzen wir mehr als genügend Fackeln hier hin Hä Wo ist die noch? Ja Ne weg da So damit sollte dann die hintere Reihe auch vollständig befackelt sein So Jetzt kommt die Reihe hier Theoretisch hätten wir diese mittlere Reihe hier dazwischen noch einfach weglassen können Aber so sieht es dann vielleicht doch ordentlicher aus Wir hätten dann vielleicht Ja Drei Blöcke gespart in der Größe Mein Gott Sind wir jetzt so geizig Dass wir deshalb alles wieder abreißen Ja Ja das bleibt jetzt so Oh guck mal Jetzt auch mit HD Texturen Auch von Misa wieder Ich muss das ja immer dazusagen Darauf bestehen ja die Zeichner oder Designer Oder wie man sie nennen will Dass man immer brav dazusagt Von Bemi Oh ein Bibi Kätzchen Oh Bibi 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 Hier gibt es keine Türen Und jetzt holen wir uns ein Stück Weizen Waren keine Saatkörner dabei Na danke Da jetzt aber Passt So So und im strömenden Regen Wenn wir jetzt mal gucken Dass wir zwei Schafe kriegen Oder können wir nicht Vielleicht eine Brücke Sogar besser bauen Einfach hier lang Nein Können wir nicht Komisch Das friert weiter zu Oder war das schon so zu gefroren Naja Na los Schäfchen Ich brauche Genau Zwei von euch Eins Zwei Nein 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 Ich will doch nur den Sound zu machen Ja dann kommt noch eins raus Äh Scheiße Jetzt habe ich auch noch den Weizen verfüttert Na egal Das war schon mal Nicht so wie geplant Aber egal Die Schafe kommen schon von alleine mit So da haben wir eines Und jetzt noch eines So Hey das ist doch wunderbar Jetzt kommt meine Freunde Kleine Hammelherde Bei den Schafen sieht man vielleicht jetzt endlich mal auch Äh Den äh Random Skin Ich meine normalerweise sieht man da herzlich wenig von So ihr seid dann auch gleich die weiße Schaffraktion So kommt Hallo Schäfchen Geht doch So jetzt liegt wieder hoch Jetzt runter Alter Hallo wollt ihr gleich hier Es ist tot oder Nein So Oh Schaf Jetzt komm Mach nicht so einen Blödsinn hier Hammelhorde Ey Ihr könnt doch Türen benutzen oder Geht doch So Noch ein Stück Hier ist schon euer neues Zuhause So Perfekt So ich glaube wir nehmen da noch gleich mal ein bisschen Äh Mehr Weizen mit Dann können wir auch gleich so ein paar züchten da So So das sollte erstmal reichen So So und ich unterbreche kurz und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder So 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 Vielen Dank.